jo leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es 3 trading methoden mit den nennen easy 200.000 münzen am zart machen kann ich würde sagen wir starten direkt rein aber davor würde ich empfehlen erst mal meinen kanal zu abonnieren ein diesem video eine positive bewertung zu geben und die glocke zu aktivieren keine weiteren videos mit zu verpassen und jetzt starten wir die erste methode wie ihr hier seht ist ein sniping filter und das ist gold verteidiger und serie a als man natürlich gucken wie sie kosten nach 800 münzen nach 815 gehen sie direkt weg 850 gehen sie auch weg nur dieser gg gg geht nicht weg würde ich empfehlen 700 und ihr seht sie kommen massenweise rein man kriegt sie schweren kann man sich da normalerweise eher weniger und dann einfach sagt man sich draufstellen dann werden sie sich verkaufen ich würde es auch empfehlen er auch erst mal preisvergleich zu machen und den genauen profit ab zu checken hier beispielsweise 1k kann man da was für 850 draufstellen das würde ich euch auch bei anderen karten empfehlen die ihr snipet hier der nächste also der filter ist auch schon sehr sehr stark hier den nächsten 2 mal trost eckong guter rahmen auf jeden fall ihr seht der filter ist sehr sehr gut man kann damit schon seine 100.000 münzen am tag machen wenn man einfach lang genug snipe ich würde sagen jetzt kommen wir zum nächsten sniping filter zum zweiten und das ist premier league stürmer stürmer und natürlich gold dann natürlich auch wieder gucken wieviel sie kosten 850 kriegt diesen nach 22 minuten direkt nach 20 minuten weg also würde ich empfehlen dann 700 snipen und hier kommen auch nicht wenig rein wenn man so bei der lightning run zu gegen 19 dann kommt auch mehr rein und hier seht ihr es zu für 500 kam einer rein leider aber haben wir den nicht bekommen hier der nächste hier 700 850 draufstellen der filter ist nicht übel mit dem kann man auch gute kalt hier sehen ist der nächste 600 mutter der filter ist keineswegs schlecht hier kommt schon vielleicht noch ein spieler fürs video leider nicht und jetzt kommen wir zu einem beat filter kein sniping filter das ist gold 600 beat preis und 650 max preis und ich würde euch empfehlen erstmal paar seiten hinter zu gehen damit ihr euch empfehlen für euch empfehlen einfach auf jeden maximalen 700 zu bieten einfach jeden jede karte 700 die karten werdet ihr wahrscheinlich nicht bekommen denn die sind ja immer noch teuer durch die Family League SPC. Aber ihr seht, hier wird auch schon reichlich geboten. Es ist nicht mehr so einfach die zu bekommen. Aber wenn ihr 50 Spieler bietet, dann kriegt ihr vielleicht so 30 Stück bis 20 bis 30 Stück. Und das finde ich ist eigentlich sehr sehr gut. Hier einfach auf jeden und dann einfach, und ihr seht, die werden schon reichlich geboten, weil die schon richtig teuer sind. Ihr seht, 1.500, 1.400. Die Spiele sind sehr sehr teuer. Aber ich würde euch trotzdem empfehlen, versuchen zu bieten, wenn es dann gar nicht mehr geht, wie es bei mir der Fall ist. Einfach versuchen, die 200 unter dem Marktwert, unter dem günstigsten zu bieten. Wie gesehen hat das überhaupt nicht geklappt, weil ich damit es nicht gerechnet hätte. Also ich würde, ich empfehle dann einfach 200 unter dem Marktwert die Spiele zu bieten. Und das war's mit dem Video, würde ich an der Stelle mal sagen. Und ihr habt gesehen, die Serie A-Spieler sind weggegangen. Mit denen kann man seine 100.000 Münzen am Tag machen. Immer mit den restlichen E-Training-Methoden. Das macht man schon gut gewinnen. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da für dieses Video. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Dann würde ich sagen, ciao, ciao. Bis zum Tag, meine Lieben, Freunde.